Musik Ja, hier ist der Mati aus Berlin. YouTube-User Name Komet Martin mit einem neuen News-Video, Vol. 28. Heute ist der 27.05.2012. Sonntag und Montag ist ja Pfingsten, wie ihr so wisst. Ja, ich begrüße euch wieder mal zu meinem, ja noch zwei, mit dem hier also noch drei, wie war da, äh, Vol. 9, äh, 9. Ja, jedenfalls jetzt kommen noch zwei News-Videos hier nach und jetzt sind wir bei 100 angelangt. Ihr wisst ja, was das bedeutet, dass ich dann nicht mehr regelmäßig meine News-Videos und meinen Newsletter veröffentlichen werde. Ähm, viele verstehen das nicht, wie ich das meine. Naja, im Grunde genommen, so wie ich es gesagt habe, im Grunde genommen heißt das ja, dass ich, ähm, einfach spontan, na gut, so spontan kann ich es nicht entscheiden, weil ich brauche schon einen Tag für ein News-Video, dass ich einfach zum Beispiel Samstagabend sage, okay, ich habe jetzt genug News, ich habe Lust, Bock, tralala, ich mache jetzt heute Nacht ein News-Video und veröffentliche das dann am Sonntag, dass ich das einfach in Zukunft alleine entscheiden kann und nicht mehr, heute musst du aber was rausbringen und bla. Und dann kann es sein, dass ich viermal hintereinander Lust habe, dann kann es sein, dass ich nur einmal im Monat Lust habe oder zwei oder dreimal oder keine Ahnung, das werdet ihr dann ja sehen. Und wer jetzt sagt, ja, wie kriege ich denn mit, dass du was rausbringst, ja, einfach ein Abo abschließen, dann kriegt ihr ja in der Abo-Box was mit oder eben einmal die Woche auf den Kanal gucken, da seht ihr ja auch, was ich neu veröffentlicht habe. So, ich habe heute, gestern am Samstag, ein neues Video veröffentlicht aus Deutschland, das sind deine Videospieler und präsentiert von Komet Mati, Vol. 11. Ist ja bei euch eine relativ interessante, beliebte Serie. Ich habe damit eigentlich nur so viel zu tun, dass ich die Fragen gestellt habe, also schriftlich, dass ich es unter meinem Namen veröffentliche, natürlich, ist klar, und dass es auch meine Serie ist, aber den Rest der Videos machen die Leute völlig alleine. Das heißt, wie das Video aussieht, wo es gedreht wird, welche Qualität das hat, ist alles von den jeweiligen Machern abhängig. Und ich kontrolliere das zwar alles, aber wenn das so einigermaßen passt, dann wird es veröffentlicht. Ich hatte die Serie ja eigentlich schon beendet, weil ich genug Material hatte und mir war der Ansturm nachher auch einfach zu hoch. Ich habe aber überlegt, diese Serie wieder, ja sowieso noch weiterzuführen, denn ich habe stellenweise, ich glaube, noch zehn noch nicht veröffentlichte Videos aus dieser Reihe. Ihr könnt also wieder Videos anfertigen. Die Fragen stehen unter dem News-Video in der Spielbeschreibung, nicht in der News-Video, äh, unter den Videos von der Serie stehen die fünf Fragen oder sechs oder wie viele es auch sind. Die könnt ihr beantworten, wie immer ihr das auch wollt, ob ihr da was zeigt oder sonst was. Und dann lasst ihr mir das Video zukommen. Meistens funktioniert das so, dass es dann derjenige bei YouTube auch veröffentlicht, aber auch privat mir dann den Link schickt. Ich lade mir das runter und er dann wieder das Video löscht. Also, wenn ihr wieder Lust habt, könnt ihr wieder neue Videos einreichen, denn diese Serie möchte ich eigentlich noch sehr, sehr lange weitermachen. So, bevor ich jetzt loslege, möchte ich euch noch eine sehr nette Familie vorstellen. Ich bin ein großer Simpsons-Fan, Futurama genauso und seit neuestem auch South Park. Und die kennt ihr hier alle, die Bohnstange. Das ist die Mutter. Das ist unser allseits beliebter Bart, frech wie sonst was. Und natürlich unser Humor, der natürlich im Größenvergleich, naja, müsst ihr euch einfach nochmal so zehnmal so groß vorstellen. Naja, und Lisa kennt ihr ja auch. Lisa ist immer so die Schlaumeierin des Ganzen und immer besonders intelligent und sensibel und vor allen Dingen eine Tierschützerin. Denn habe ich heute auf meinem Bett dieses Teil hier gefunden, wo ich gar nicht so genau weiß, wieso, weshalb das hier liegt. Und ich weiß nicht, ich habe irgendwie den Eindruck, dass das noch eine Rolle spielt. Aber ich weiß auch nicht, ich weiß gar nicht, wie es da hinkommt. So, jetzt hole ich mal die News. Und, achso, und letztes News-Video habe ich ja vor meinem Chinchilla-Käfig gemacht. Und da haben einige gefragt, was das für Tiere sind. Sind das Mäuse, Ratten? Einer hat sogar gefragt, ob das Hasen sind. Nein, das sind Chinchillas. Und wer nicht weiß, was Chinchillas sind, einfach mal zum Beispiel bei YouTube eingeben. Da gibt es genügend Videos. Ich habe ja auch einige veröffentlicht von meinen Chinchillas. Das sind sehr exotische Tiere. Das heißt, die kriegt man nicht in jeder Zoohandlung. Sie werden auch nicht von sehr vielen Leuten gehalten, obwohl es eigentlich sehr süße Tiere sind. Aber man sollte sie schon am Tag eine Stunde laufen lassen. Aber ich meine, wer einen Hund hat, der muss teilweise noch viel mehr Zeit investieren. Denn, guckt euch mal die Chinchillas an, sind sehr intelligente Tiere. Aber sie knabbern natürlich auch alles an und können teilweise ein bis anderthalb Meter hoch springen. Das heißt, man muss da schon ganz schön ordentlich was bauen. So, jetzt kommen wir zu den News. Fangen wir mal hier einfach schon mal an. Und zwar, Max Payne 3 ist ja jetzt erschienen. Die deutsche Version ist dezent geschnitten. Und, ja, dazu habe ich jetzt gleich eine Meldung. Ansonsten ist das Spiel hier erschienen. Na, wo haben wir es denn? Das ist wieder mal super vorbereitet. Ich kriege gleich einen Anfall. Genau, das ist hier erschienen. Das ist jetzt hier so eine, ups, Vorbestellerbox. Und, ja, habe ich mir aufgeholt. Und zwar, da gibt es ja zwei Versionen. Einmal die UK-Version mit einem Resident Evil 6-Demo. Ob man das selbst spielen kann, weiß ich nicht. Sagt ihr mir das, wenn einer von euch das gekauft hat? Und die deutsche Version, also natürlich beides Uncut, hat 100 zusätzliche Quests. Aber diese Demo nicht. Und ich denke mal, an die Demo kommt man früher oder später sowieso ran. Gerade übers Internet oder so. Und dann habe ich die Version mit den 100 Quests genommen. So, zu Max Payne zurück. Es sind bereits 3 Millionen Max Payne weltweit ausgeliefert. Aber, wie gesagt, es steht hier wieder nicht, ob da die Geschnittene oder Ungeschnittene, was sich da besser verkauft hat. Das Unternehmen Take-Two gibt bekannt, oder gab bekannt, dass von dem Shooter Max Payne 3, PS3, Xbox 360, rund 3 Millionen Einheiten weltweit an den Handel ausgeliefert wurden. Die Max Payne Version von, also die PC-Version von Max Payne 3 kommt am 1.6., wenn es nicht verschoben wird. Das Spiel kam am 15.05.2012 in Amerika und am 18.05.2012 in Europa und Deutschland auf den Markt. Ich habe es persönlich noch nicht gespielt. Rockstar Games ist ja nun eine relativ gute Firma. Aber mal sehen, zur Zeit interessiert es mich nicht so. Street Fighter X Tekken, neuer Patch ab Mitte Juni, das Unternehmen Capcom, von dem übrigens auch dieses Dragons Dogma kommt, gab bekannt, dass man für Street Fighter X Tekken, PS3, Xbox 360, einen weiteren Patch Mitte Juni 2012 weltweit anbieten wird. Der Patch soll die Abstürze des Prügelspiels ausmerzen, die es seit dem Update 1.04 hat. Sobald messerähnliche Projektile mit einem Feuerball koordinieren, also zusammenstoßen, friert das Spiel ein und stürzt ab. Das ist immer so ein Albtraum, wenn ein Patch rauskommt, der eigentlich Fehler beseitigen soll und dann wieder zu neuen Fehlern führt. Das sind natürlich dann immer so Albtraumfehler. Ja, so. Ja, Wii U, das ist die neue Konsole von Nintendo, da behauptet der Herr Wigil, Wii U, Darksiders 2, Grafik mindestens so gut wie PS3 und Xbox 360. Die Grafik der Wii U-Version von Darksiders 2, kommt für PS3, Xbox 360, Wii U raus, soll mindestens so gut sein wie in den PS3 und Xbox 360 Versionen. Das hat Asiosei-Produktor Jay Fitzloff vom Entwickler Virtual Games bestätigt. Erscheinungstermin für die Wii U-Version noch offen, Darksiders 2, wo man ja mit dem Tod herumhüpft, die werde ich mir auf jeden Fall holen. Ich fand den ersten Teil schon klasse. So, Deutschland, Europa. Uncharted 1 und 2 als Download ab dem 27. Juni. Sony gab, oder bekannt, dass Uncharted, Drakes Schicksal und Uncharted 2, Game of the Year Edition im PSN in Deutschland ab dem 27. Juni 2012 als Download erhältlich sein wird. Also beide. Ja, interessant, interessant. So, wollen wir mal gucken? So, PS-Klassiker Tomba. Das ist so ein kleiner Neandertaler-Typ. Sehr schönes Jump'n'Run. Dann, diesen Sommer im PSN, Monkey Pay Games, gab bekannt, dass der PlayStation-Klassiker Tomba, der ist 1997 erschienen, im Sommer im PlayStation Network veröffentlicht wird. Überhaupt, wenn man jetzt so guckt, bei Xbox Live ist ja jetzt eine LX-Kids-Serie, also LX-Kids-Spiele erschienen, also nochmal neu aufgelegt worden, oder Wonder Boy. Wenn man sich dann teilweise die Grafik anguckt oder auch die Jahreszeile liest, ja 1991, 89, dann merkt man erstmal, was für eine alte Sau man hier geworden ist, was für eine alte Schnäpfe. Aber ich bin stolz, dass ich seit Anfang an dabei war, von diesem Pong da, pling, pling, pling. Und wer hätte gedacht, dass sich die Grafik mal heute so entwickelt. Das ist schon sehr beeindruckend. So, machen wir noch was. Resident Evil 6, umgeschnitten in Deutschland. Das Unternehmen Capcom gab bekannt, dass das Action-Spiel Resident Evil 6, PS3, Xbox 360, völlig umgeschnitten in Deutschland am 2.12.2012 erscheinen wird. Das Spiel bekam von der OSK die Kennzeichnung, keine Jugendfreigabe. Ja, gut für euch, schlecht für den Fachhandel, aber gut, muss man sehen. So, was haben wir denn hier noch kurz? Resident Evil The Dark Side Chronicles HD, PAL-Termin. Das Unternehmen Capcom gab bekannt, dass der Shooter Resident Evil The Dark Side Chronicles HD am 27.06.2012 im europäischen Playstation Network für 14,99 Euro erscheinen wird. So, dann machen wir wieder eine kleine Pause mit den News. Wo wir gerade bei Nostalgie sind, das war damals einer der Packungen für das Super Nintendo. Ich hatte vorher erstmal den Sega Mega Drive besessen und da wurde hinten mit diesen Spielen hier geworben, wie ihr seht. Die waren halt hinten abgebildet. Hier haben wir den Joypad, hier haben wir die Konsole. Für die Leute, die dieses Gerät nie gesehen oder besessen haben, das war, wie gesagt, erst kamen Sega Mega Drive, habe ich mir dann geholt und dann kam das Teil hier raus. Und ja, war damals eine kleine Revolution. Sega und Nintendo waren ja damals noch, ja, Feinde, Konkurrenten, sagen wir es mal, so harmlos. Und ja, ich hatte immer alle Konsolen da. Neo Geo 3DO, wobei Neo Geo 3DO habe ich ganz schnell verkauft. Da waren die Geräte und die Spiele recht teuer, gerade für den 3DO. Aber ich war immer ein sehr großer Sega-Nintendo-Fan und da hat sich auch heute nichts geändert. Genauso hier, wer kennt denn noch diese Figur hier? Pong. Das kam zum Beispiel damals auch auf der PC-Engine raus, mehrere Teile. Und der konnte sich immer drehen und mit seinem Kopf zum Beispiel die Gegner kaputt machen. Auch ein sehr schönes Spiel. PC-Engine ist ja auch nicht offiziell in Deutschland raus. Was habe ich damals erzählt? 1000 Mark oder so oder 800 Mark für die PC-Engine. Das war so anfangs so ein kleiner weißer Kasten. Und ich melde mich gleich im zweiten Teil. So, willkommen zum zweiten Teil meines News-Videos. Ja, zur PC-Engine nochmal. Das war so auch ein 8-Bit-Gerät, hatte, war eigentlich so auf Master-System-Niveau, hatte aber wirklich für diese Verhältnisse fantastische Grafik. Neutropia 1 und 2 waren so meine Lieblingsspiele. Ansonsten, bevor ich mit den News weitermache, ihr kennt ja alle unseren heißgeliebten Uwe Boll. Das ist ja ein Regisseur, der gerade gerne so Videospiele verfilmt. Mein absolutes Lieblings-Videospiel-Verfilmung oder die absolute Lieblings-Film-Verfilmung ist Silent Hill. Nach wie vor. Und der hat auch das hier verwurzelt. Ihr kennt ja einige von euch vielleicht diese beiden Spiele. Da gibt es ja auch zwei Teile. Und ich habe mir den ersten Teil erstmal angeguckt. Da hat noch Ben Kinsley mitgemacht von Gandhi und noch so ein paar Schauspieler, die ich kannte. War gar nicht so schlecht. Also kein Burner, aber da floss dann auch Blut. Die Effekte waren ganz gut. Ungefähr 20 Millionen hat er dafür investiert, sagt man. Und dann kam der zweite Teil. Da wurde, glaube ich, nur noch 8 Millionen investiert. Kennen tue ich da keinen Schauspieler draus. Und das ist einer der grottigsten, langweiligsten Vampirfilme, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Da wird einmal die Kehle aufgeschnitzt und dann verwandeln sich da zweimal irgendwelche Vampire. Aber das war es schon. Also sowas langweiliges. Da hat der Uwe Boll schon bessere Filme gemacht. Ich besitze ja auch noch Far Cry von ihm etc. Wie findet ihr eigentlich Uwe Boll? Der hat ja einen sehr, sehr, sehr schlechten Ruf teilweise, weil er sehr grottige Filme macht zum größten Teil. Teilweise auch mit so amateurhaften Schauspielern. Aber irgendwie muss der ja Erfolg haben. Sonst würde der nicht einen Film nach dem anderen nachlegen. Und ich hoffe nur, dass der nicht eines Tages mal das Religion of Zelda oder so verfilmt. Zum Beispiel mit Justin Bieber als Hauptdarsteller. Und Zelda ist dann Angela Merkel oder so. Keine Ahnung. So, fangen wir nicht an, sondern machen weiter mit den News. Neues Star Wars Spiel wird am 31. Mai enthüllt. Das Unternehmen Spike TV und Lucasfilm gaben nun bekannt, dass ein neues Star Wars Spiel am 31.05.2012 im Rahmen der nächsten GTTV Show angekündigt wird. Nach dieser hoffentlich auch aufregenden kurzen Vorstellung soll das Spiel dann ausführlicher am 04.06.2012 in der kommenden Show E3 All Across Live präsentiert werden. Im ersten Bericht am 31.05.2012 reist der Moderator Georg Kaikley extra nach San Francisco und erhält dort einen exklusiven Blick hinter die Kulissen im legendären LucasArts Studio. GTTV trifft sich dann auch mit dem Entwicklerteam bei LucasArts und enthüllt den Namen und das Konzept des neuen Star Wars Spiels. Außerdem erhält GTTV Infos von den Entwicklern über die E3 Demo. Um was für ein Star Wars Spiel es sich handeln wird, ist noch völlig unklar. Vielleicht ist es ja Star Wars 1313, weil Lucasfilm hierzu bereits Markenschutz beantragt und mehrere Domains registriert hat. Ja, Star Wars waren die Filme so meins, aber spielemäßig hat es mich nicht so bisher ergriffen. So, Zelda Scroll Skyrim mit Update 1.6 Kampf zu Pferd möglich. Das Unternehmen Bad Hester oder so ähnlich gab bekannt, dass für das Rollenspiel Skyrim 5 für PS3 Xbox 360 PC erschienen. Demnächst der Patch 1.6 weltweit erscheinen wird. Mit den Updates soll auch der Kampf zu Pferd möglich sein. Außerdem sollen Systemabstürze und Crashs ausgemerzt werden. Zeit wird es. Ja, die 8-On ist ja auch schon in den Startlössern. Genauso soll von der Serie von Alice Calls ein Online-Spiel rauskommen. Muss man mal jetzt abwarten. Ich spiele jetzt zur Zeit Skyrim nicht mehr so besonders viel. Ich habe jetzt fast The Witcher 2 durchgespielt. Und da muss ich mal gucken. Ich zeige euch jetzt mal am besten die Spiele, die ich noch spielen muss. Also die praktisch auf der Reservebank liegen, die ich jetzt zeitlich noch nicht geschafft habe. Da zeige ich euch mal ein paar, weil ich wurde danach gefragt. Und die liegen praktisch hier in einem, in dem Regal und werden dann nach und nach abgespielt. In welcher Reihenfolge weiß ich nicht. So, ich habe noch nicht mal den zweiten Teil hier durch. Das sträubt mich jetzt gerade noch so ein bisschen. Der Ruf war ja nicht so dolle. Das hier ist so ankert, so ein bisschen nebenbei, ein bisschen ballern. Also das sind alle Spiele, die ich noch durchspielen möchte. Und dazu noch nicht kam, dass wir hier mit einem Freund durchspielen. Ja, dann ist das hier, ja komischerweise habe ich den ersten Teil auf Xbox und den zweiten auf PS3, weil sie eben qualitativ einmal da und einmal da besser waren. Das Xbox-Spiel kommt hier noch. Das sind zwei. Das werde ich mir noch holen. So, den hier habe ich angefangen, aber noch nicht zu Ende geführt. So, das habe ich hier schon mal auf Xbox 360 durchgespielt. Das ist so eine erweiterte internationale Version. Hier zum Beispiel, normalerweise hätte ich das schon durchgespielt, aber damals gab es einen Fehler. Da konnte man, ich weiß gar nicht mehr, was, achso, da konnte man, wenn man bestimmten Dungeons oder so reinging, nicht mehr abspeichern. Das muss ich jetzt auch noch mal neu anfangen. Also, Star Ocean habe ich schon mal angefangen, aber auch auf Xbox. Das ist auch wieder so eine erweiterte Version. Sehr schönes Spiel auch. Ja, hier bin ich eigentlich noch mittendrin, habe jetzt aber eine längere Pause gemacht. Ja, Fable 3 hat nicht so einen super Ruf, aber mal gucken. Ich habe alle Teile gespielt. Und das habe ich mir jetzt ganz neu zugelegt. Da freue ich mich jetzt auch schon drauf. So, und jetzt zeige ich euch noch die letzten paar. Mein erstes 3DS-Spiel will ich natürlich auch noch mir zu Gemüte führen. Denn das hier, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann ich das jemals schaffen soll. Bei Skyrim habe ich ja nun wirklich schon sechs Monate dran gesessen und fast 300 Stunden gespielt. So, Mass Effect. So, das sind zur Zeit die Spiele, die ich alle noch spielen möchte. Da kommt dann natürlich noch einiges dazu. Diablo 3 bin ich gerade so ein bisschen am Rumschwängern. Muss ich mal gucken. Also, ich weiß nicht, ich spiele ja gar nicht so viel. Ich spiele eigentlich nur am Wochenende. Und in der Woche spiele ich gar nicht. Und am Wochenende, wenn ich wirklich mal einen richtig spielerhaften Tag habe, dann spiele ich vielleicht drei, vier Stunden. Und in dem Tempo spielt man natürlich nicht so viel durch. Ich habe dann noch auf meiner Xbox Puzzle Quest 1 und 2, das spiele ich auch noch nebenbei. So, Gaikei. E3-Ankündigung könnte Zukunft der Spielekonsolen verändern. Der Videospiele-Streaming-Dienst Gaikei schreibt in seiner aktuellen E3-Einladung, dass man einige wichtige Ankündigungen auf der E3, die geht von 5.6. bis 7.6.2012, machen wird. Diese geheimnisvolle Ankündigungen hätten das Potenzial, die Zukunft der Videospiele, der Spielekonsolen und die Art und Weise, wie man spielt, zu verändern. Wahrscheinlich, dass man über eine Plattform alles downloadet. Das ist ja eh leider die Zukunft. Vielleicht deutet Gaikei hiermit ja eine Partnerschaft mit Sony an, über die gestern berichtet wurde, also vor kurzem. Demnach soll das Unternehmen Sony Gaikei angeblich für die PS3 anbieten, so dass die Spiele-Streaming auf der Sony-Konsole möglich wäre. Achso, dann kommt dieses ganze Anmelde-Registrieren-Gedöns, bevor wir ja bis jetzt noch weitgehend verschont wurden und die viele PC-Besitzer darunter leiden, kommt auf uns auch noch zu. So, hier, Sony-Patent unterbricht Spiel für Werbeeinblendung. Das Unternehmen Sony hat nun ein Patent beim amerikanischen Patent- und Markenamt angemeldet, dass ein Spiel für die Einblendung von Werbung unterbricht. In der aktuellen Beschreibung heißt es, dass zunächst erstmal ein Warnhinweis auf den heimischen Bildschirm eingeblendet wird, bevor dann das Spiel unterbrochen wird. Anschließend wird eine Werbung gezeigt, dann läuft das Spiel weiter. Blah, da wird mir ja nicht schlecht. Das Spiel wird allerdings etwas zurückgespult und setzt nicht exakt an der Werbeunterbrechung wieder ein. Vielleicht will Sony dieses Verfahren für Free-to-Play-Spieler auf Playstation-Plattform einsetzen. Sony hat die Meldung noch nicht kommentiert. Stell dir mal vor, ich spiele da irgendein spannendes Spiel und plötzlich kommt da irgendwie für Frauen Tampons oder für Haarwachswuchsmittel für Männer oder für Potenzstörungen oder Hämorrhin-Salben. Werbung, da würde ich mich sofort aus dem Fenster kotzen, weil mich das so rausreißen würde. So wie hasse ich auch im Fernsehen, mir Filme anzugucken mit diesen ständigen Werbeunterbrechungen. Aber wenn das für Free-to-Play kommt, gut, dann ist es auch vielleicht in Ordnung. So, was haben wir denn hier noch kurzes, bevor wir in den dritten Teil hier gehen? Minecraft Geld zurück bei Splitscreen-Problemen. Das Unternehmen Microsoft gab nun bekannt, dass man Minecraft-Käufern ihr Geld vollständig zurückerstatten wird, die das Spiel nicht auf SD-Fernsehern im Splitscreen spielen können. Minecraft setzt für das Spielen im geteilten Bildschirm ein HD-Fernseher voraus. Allerdings haben weder Microsoft noch vier Judge Studios darauf hingewiesen, so dass es zu zahlreichen Beschwerden kam, verständlich. Betroffene sollen sich für die Rückerstattung bitte an den Xbox-Support wenden. Mittlerweile hat Microsoft einen deutlichen Hinweis bei Minecraft auf Xbox Live Arcade veröffentlicht, in dem auf einen HD-Fernseher für die Nutzung des Splitscreens hingewiesen wird. Die Zukunft wird dann sein, dass man, um Spiele spielen zu können, verhärtet sein muss oder sonst was. Übrigens, es haben sich einige beklagt, dass sie bei Xbox Live mich nicht mehr einladen können als Freund. Das liegt daran, dass ich so gesagt voll ist. Meine Freundschaftsliste ist voll. Leider kann man ja nur bis zu 100 Leute einladen. Und da sind jetzt genau 100 Leute. Die Warteliste ist lang. Also ihr müsst es halt immer wieder probieren, bis mal irgendjemand da aussteigt. Bei PS3, glaube ich, ist noch ein bisschen Platz. So, bevor wir in den dritten Teil gehen, möchte ich euch nochmal hier Mützen vorstellen, die vielleicht der eine oder andere von euch kennt. Wer diese Mützen nicht kennt und zu wem sie gehört hat, die Zeit verpennt, kennt ihr ja. Nummer 1. Und wer ist das hier? Also wer das jetzt nicht hier weiß, der weiß es nicht. Na, und wenn man mal hinten guckt, seht ihr ja Mario, ne? Also mit so einer Mütze würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht auf die Straße gehen, aber euch mute ich das gerne mal zu. Achso, siehste, ich habe noch ein Spiel vergessen, was ich auch noch durchspielen möchte. Das habe ich zwar schon mal durchgespielt. Uncut natürlich. Aber das ist jetzt mit den ganzen 8 Ons. Und das will ich nochmal von Anfang bis Ende durchspielen. Geniales Spiel freue ich mich schon... Ach nee, das ist mein Spiel der Woche. Jetzt weiß ich, warum es woanders lag. Genau, das ist mein Spiel der Woche. Da freue ich mich schon auf den zweiten Teil. Der kommt so Ende des Jahres. Und also ich mag die Comic-Grafik. Ich mag das allerdings natürlich auch nur Uncut. So, ich wollte euch im dritten Teil nochmal mein 3DS zeigen. Vielleicht auch in Action. Das Poster hier ist in der neuen GameStar mit dabei. Weil natürlich geht es hier um Diablo. Hat sich 6,5 Millionen Mal bis jetzt verkauft. Soll angeblich das meist- oder schnellstverkaufte PC-Spiel in der Zeit sein. Irgendwas habe ich da Leuten gehört. Also läuft die bescheuert. Zur Zeit ist es ja immer mal wieder nicht lieferbar. Mediamärkte sind ausverkauft. Ich bin auch ausverkauft. Und viele vermuten ja, dass das so ein Trick ist vom Blitzert oder von denen, die das vertreiben. Damit man schön viel Geld das direkt von denen runterladet. Da wird dann so eine künstliche Knappheit aufgebaut. Denn mir kann man nicht erzählen, dass die nicht davon ausgegangen sind, dass sie 7, 8 oder sonst wie Millionen davon verkaufen. Und da wird so eine künstliche Knappheit aufgerecht gehalten. Nächste Woche kriegt mein Großhändler, der größte Großhändler in Deutschland überhaupt, ist gerade mal 300 Stück. Und wenn ich Glück habe, kriege ich noch mal 2 oder 3 nach. Das ist natürlich ein Witz. Also beim ersten Mal habe ich immerhin 20 bekommen. So, ich melke mich gleich zum dritten und letzten Teil. Euer Matti aus Berlin. So, willkommen zum dritten und letzten Teil. Es ist schweineheiß hier. Ich habe 35 Grad hier in der Wohnung. Meine Chinchillas sind auch nur am Hächeln. Die haben ja keine Schweißdrüsen und können nicht schwitzen. Das ist für die natürlich nicht so besonders toll. So, noch eine kleine Zwischenmeldung. Und zwar habe ich euch ja versprochen oder angekündigt, dass ich für mein 100. News-Video vorhabe, das in meinem Laden zu drehen, nach Feierabend, also in der Kulisse. Und ich habe mir überlegt, ich suche dafür, oder ich habe mir das jetzt so vorgestellt, ich weiß nicht, ob ich das mache oder wie die Nachfrage ist, ich suchte dafür einen Kameramann, der meine Kamera hält. Ich würde sie euch ja gerne zeigen, aber es geht natürlich nicht, weil ich habe nur eine und wie soll ich die dann filmen und was weiß ich. Dass ich mich halt im Laden ein bisschen frei bewegen kann, ein paar Sachen zeigen kann, ohne dass ich die Kamera mal irgendwie justieren muss. Wer also Interesse daran hat, für eine Stunde oder so mich da zu begleiten, bei einem ganz normalen News-Video, also Volumen 100, und ja, das filmen möchte, wie ich mein News-Video mache, das wird wahrscheinlich auch ein bisschen länger werden als normal, der kann sich bei mir direkt im Laden bewerben. Das heißt, Dienstag oder Mittwochs in den Laden, komm am besten ab 2 Uhr und sich halt einfach vorstellen. Ich notiere mir das dann und entscheide mich dann nachher für jemanden. Also, ihr könnt euch ja ausrechnen, wie viel Zeit ihr noch habt, wenn jetzt noch 2 News-Videos kommen, das sind ja noch 2 Wochen ungefähr, beziehungsweise das 2. ist ja dann schon die 100. Wenn keiner dazu Lust hat, kein Ding. Natürlich müsst ihr aus Berlin sein, das ist ja klar, oder aus dem Umfeld. Also, wer Interesse hat, Dienstag oder Mittwochs in den Laden kommen, sagen, dass es darum geht. Und ja, vielleicht könnt ihr bei der 100. Folge mit dabei sein. Ich finde das schon, dass das was Besonderes ist für euch und auch für mich. Und wer Lust hat, bitteschön, könnt ihr euch bewerben. Ich bin in der Regel dann auch da, außer ich bin mal unterwegs. Aber ihr könnt natürlich auch erst mal vorher anrufen und sagen, ihr würdet um 3 Uhr kommen, ist Matti da, wenn ihr euch absichern wollt. Wie ihr zum Laden kommt oder was weiß ich, ich mache hier keine Schleichwerbung, geht am besten auf meine Homepage, guckt euch mein Profil an oder gebt Komet Game Store bei Google ein. Also, wer rauskriegen möchte, wo mein Laden ist, das ist gar kein Problem, das herauszukriegen. So, bevor ich euch jetzt versuche, den 3DS zu zeigen, gucke ich mal, ob ich noch News habe. Capcom will Spieleentwicklung beschleunigen. Das Unternehmen Capcom will in Zukunft die Entwicklungszeit seiner wichtigsten Spielemarken möglichst deutlich verkürzen, wie CEO Kenzo Tushimoto in einem aktuellen Geschäftsbericht sagte. Ganze 5 Jahre Wartezeit auf ein neues Devil May Cry Spiel seien seiner Ansicht nach viel zu lang. Statt für gewöhnlich 3 bis 4 Jahre an einem neuen Spiel zu arbeiten, sollen neue Titel in rund zweieinhalb Jahren auf dem Markt kommen. Die schnellere Spieleentwicklung würde laut Tushimoto wahrscheinlich die Kosten erhöhen. Doch sei es überlebenswichtig, im weltweiten Wettbewerb mit Qualität zu punkten. Zwischen den einzelnen Spielen sollen dann Download-Inhalte die teils lange Wartezeit auf einen neuen Teil verkürzen. Ja, gut, schauen wir mal, solange die Qualität da nicht drunter leidet, ist das ja gut. So, hier haben wir alles durch vorgelesen. Star Wars habe ich auch gelesen. Achso, noch eine Meldung habe ich. Aliens Colonial Marines Wii U-Version, grafisch am besten, wurde leider verschoben, das Spiel. Die kommende Wii U-Version vom Shooter Aliens Colonial Marines PS3 Xbox 360 Wii U soll angeblich die grafisch beste sein. Das sagte jedenfalls Randy Pitchford, Entwickler von Gearbox Software. Zitat, die Wii U ist eine starke, starke Maschine. Und hat eine Menge neue, coole Sachen drauf, sagte so Senior-Produzent Brian Burleson. Publisher und Entwickler haben vom Unternehmen Nintendo die Auflage erhalten, noch keine genaue Einzelheiten zur neuen Konsole bekannt zu geben, so dass die technischen Spezifikationen immer noch ziemlich unklar bleiben. Auch Burleson darf deshalb noch nicht wesentlich konkreter werden. Doch allein schon wegen der modernen Technik in der neuen kommenden Nintendo-Konsole soll die Wii U-Fassung deutlich besser aussehen, als die PlayStation 3 und Xbox 360-Versionen. Meinte Burleson selbstsicher. Aber auch diesmal darf sich der Produzent nicht näher zur Technik der Wii U äußern. Zitat, du musst halt abwarten, kannst mir aber glauben. Naja, auch ich habe von Nintendo einen dicken Umschlag zugesteckt bekommen, damit ich schweige über die technischen Einzelheiten. Ich kann nur so viel zu neuen kommenden Wii U sagen und was den technischen Maßstab anbetrifft Tomate. So, mehr kann ich dazu nicht sagen. So, jetzt zeige ich euch, achso, ich wollte das mal hier aufklären. Und zwar habe ich mir jetzt vorgenommen, dass in Zukunft oder wie lange es die News-Videos noch gibt, mein Onkel Verbieter das letzte Wort hat. Viele von euch kennen ihn noch nicht, viele kennen ihn von euch. Da gibt es jetzt auch schon einige Videos von. Mein Onkel Verbieter ist eine Rolle, die ich spiele, der sehr umstritten ist. Und das finde ich gut so. Der wird gehasst oder geliebt. Und genau das finde ich klasse, weil er, also natürlich auf satirische Art und Weise für geschnittenen Sachen sind. Die begründet er aber teilweise, also mit Argumenten, die sind jenseits von Gut und Böse. Also der findet es gut, dass alles zensiert wird. Und der bekommt jetzt in meinen Videos immer die letzten, also bekommt fünf Minuten zum Ende oder drei oder vier und äußert sich zu irgendwas. Auch diesmal hat er sich wieder zu was geäußert. Und mein Onkel Verbieter ist ja immer jemand, der mit Hilfe eines Lutschers, ich weiß nicht wie der das macht, ständig in meine Wohnung einbricht und dann hier irgendwelche Videos abdreht. Ja, könnte, also ich werde euch die Zeit nicht wegnehmen. Also der Onkel Verbieter nimmt keine Zeit von den News weg, sondern das hänge ich zusätzlich mit ran. Ich habe keine Ahnung wann und wo und was und war klar, was der Onkel Verbieter da erzählt hat. Und falls wieder Leute überlegen, was der auf dem Kopf hat, das ist ein Fußwärmer mit Strom betrieben. So, jetzt kommt mein 3DS. Ich habe den noch nicht in Action gehabt, also ich weiß, dass der funktioniert. Und ich wollte mal mein erstes Spiel da rein machen. Ja, sag mal, das ist ein Jahr mit dem Müll drin. Ich hoffe mal, dass die Batterien in Ordnung sind. Wo habe ich denn jetzt das Spiel hingepackt? Das ist ja wieder ein super Timing hier. Wartet mal eine Sekunde, ihr wisst, es ist alles mega live. Ja, sag mal. Ich habe es euch doch vorhin gesagt. Ah, da liegt es ja. So, wartet eine Sekunde. So, da bin ich. So, ich habe euch ja schon im letzten News Video die Verpackungen gezeigt hier. So, und da ist so ein kleines Teilchen drin. Das kommt in den Arsch der Konsole. Und dann machen wir das feine Teil mal an. Ich versuche das mal so ein bisschen mit euch zu teilen. Also an ist das Ding jetzt. Wo fährt denn das jetzt hoch? Also, da ist mein kleiner DS hier. Und machen wir mal jetzt hier auf Deutsch. Aber muss ich jetzt den ganzen Müll hier noch einstellen oder was? Ja, ist ja gut. So, ich weiß nicht. Das ist jetzt so der Anfang. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen sehen. Zum ersten Mal habe ich den 3DS... Ähm, man, ich will spielen. Zum ersten Mal habe ich den 3DS gesehen im Berliner Museum. Also Game Museum, wovon ich ja nicht so begeistert war. So, der scheint, äh, relativ neu zu sein. Den habe ich für 70 Euro gekauft. Pass mal auf, ich mache kurz Pause und, äh, dass das Mario, ähm, angeht. Sonst verschwende ich so viel Zeit. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und, ja, jetzt habe ich es endlich mal geschafft. Man kann hier an diesem Pegel hier, äh, auf 2D oder 3D schalten. Jetzt habe ich mal 3D-volle Pulle, äh, hochgeschaltet. Ich starte das Spiel mal. Ich habe das bis jetzt, das ist gebrauchtes Spiel. Ähm, ihr werdet wahrscheinlich, ihr werdet natürlich den 3D-Effekt jetzt nicht so ganz mitbekommen. Zack, äh, dass man hier mal, äh, Mann, also dass man hier zur Pötte geht, ja. Das ist furchtbar hier. Och, Mann. So. So, jetzt geht's los. Ich soll A drücken. Ich will euch nur mal ganz kurz, das ist jetzt ein Spielstand, der nicht von mir ist. So. Halt die Fresse. So, ne. Also, wer Nintendo kennt und mag, ich tippe mal jetzt hier einfach rum. Boah, also, ehe man hier mal los spielt. Ach so, sorry. So, hier springt die alte, guck mal hier. Und, und jetzt kann man natürlich den 3D-Effekt auch feststellen, aber, wegstellen, aber da werdet ihr jetzt keinen Unterschied sehen, denke ich mal. Wie steuert der sich denn? Ach so, hier. So, ne. Spiegelt so ein bisschen hier, sorry. Na, jetzt habt ihr es mal gesehen. Ich kann natürlich jetzt schlecht spielen. Ja, mein erstes Spielchen für den 3DS ist eine schöne Sache. Der 3D-Effekt ist ganz gut, wobei es Spiele gibt, wo mir relativ schnell schlecht wird. Aber ich sehe gerade, es ist echt klasse. Also, es ist ein tolles Gefühl. Ich habe das noch gar nicht richtig benutzt. Also, kann ich nur empfehlen. Mach ich mal wieder aus. So. Ja, ich besitze ja auch die anderen DS-Dinger hier, aber das ist eine feine Sache. PS Vita habe ich mir noch nicht geholt. So, jetzt kommt der Onkel-Verbieter. Wer ihn nicht mag, kein Problem. Ihr könnt ihn ruhig hassen. Das stört mich und den Onkel-Verbieter gar nicht. Der Onkel-Verbieter hat Kultstatus. Ihr müsst euch mal seine Videos angucken. Der quatscht hat teilweise einen Müll, aber ist trotzdem damit erfolgreich. Also, bis nächste Woche. Denkt dran, wer die Kamera da führen will, kann sich bei mir melden. Bleibt alle gesund. Übrigens mal eine kleine Sache. Stellt euch mal vor, ihr bestellt irgendwo ein Spiel bei einem Händler. Und das Spiel entspricht bei Ebay oder bei Amazon, das Spiel entspricht nicht der Qualitätsfassung, wie der Händler angekündigt hat. Er sagt, wie neu. Und ihr stellt fest, das ist der größte Schrott, was er euch geschickt hat. Gibt ihm daraufhin eine schlechte Bewertung, weil sich der Händler nicht entschuldigt oder so. Habt selbst einen Account bei Ebay oder sonst was. Und ihr kauft dann extra von euch ein Spiel, was er gar nicht haben will, nur um euch dann nachher schlecht bewerten zu können. Das sind so Mafia-Methoden. Und nachher sagt dann der Händler, pass auf, ich lösche deinen, ich lösche meinen schlechten Beitrag, meine negative Bewertung erst, wenn du deine wegmachst. Ansonsten bestelle ich wieder ein Spiel und mache dich weiter runter. Dass dann natürlich der andere das auch machen kann. Aber so wird man mundtot gemacht. Ich stehe diesen ganzen Bewertungen sehr zweifelhaft gegenüber. Und da kann man ganz schön viel Missbrauch mitmachen. Also es gibt halt solche Mafia-Methoden. Und wer eine schlechte Bewertung kriegt, sollte sich eher darüber Gedanken machen, warum. Ich bin aber auch gegen schlechte Bewertungen. Ich finde, man sollte sich immer mit dem Händler oder mit dem anderen zusammentun und sagen, erst mal nach einer Lösung suchen und nicht gleich eine reindröhnen. Und erst wenn das alles nichts bringt, kann man immer noch schlecht bewerten. So, mit diesen himmlischen schönen Worten verabschiede ich mich jetzt. Bleibt alle ungeschmolzen und bis nächste Woche. Ja, hier ist der Komet Matti. Ihr kennt mich ja, ihr kennt mich ja sonst eigentlich nicht so gut. Aber ich habe schon eine ganze Menge Videos hier veröffentlicht bei YouTube. Ich bin ein Typ, der absolut gegen unzensierte Dinge ist. Ich finde, man muss alles heute zensieren. Außer natürlich das, was ich sage in meinen eigenen Videos. Ich werde oft gefragt, Onkel Fabita, warum bist du eigentlich gegen Uncut? Und dann habe ich drei wesentliche Argumente, die jeden jeden überzeugen. Erstens. Zweitens. Ich finde, dass das die Jugend heutzutage versaut. Nicht die Eltern, nicht das soziale Umfeld, nicht die Politiker und schon gar nicht Angelika Merkel und auch nicht David Tesseldorf, sondern diese Spiele versauern die Seelen der Kinder. Nehmen wir mal einfach die Pokémon zum Beispiel. Da wirst du so bekloppt, wenn du ständig immer irgendwelche kleinen Monster suchen musst. Das ist doch völlig unrealistisch. Ja, ich meine, wenn ich jetzt draußen, ich bin in den Wald gegangen letzte Woche, ne? Und da habe ich zum Beispiel auch angefangen, Steine zu heben, einen Busch auseinanderzunehmen. Habe eine alte Frau, war auf die Fresse ja und der meint sich, ich habe einen einzigen Pokémon gefunden. Das ist doch alles hirnrisch. Da erfüllt man Hoffnungen von Kindern, die man nicht einhalten kann. So, ja, wie ihr wisst, bin ich immer etwas unerlaubt in Matthias Komet Mattis Leben eingedrungen. Auch diesmal habe ich mir wieder mit einem frisch hergestellten Lolli Zutritt in die Wohnung verschafft. Komet Matti weiß auch gar nicht, dass ich mich jetzt hier in dieser Wohnung befinde. Er ist gerade am Duschen in der Maschine. Und ich will euch nur mal ganz kurz sagen, ich bin dankbar dafür, dass Komet Matti unwissentlich hier Platz einräumt in seinen News-Videos, damit ich kurz was runter machen kann. Ich habe mir jetzt mal vorgenommen, vor euren Augen, und ich hoffe, dass das nicht zu einer Mordselbstwelle fühlen wird, ich werde vor euren Augen eine DVD, ein Wii-Spielen, ein Xbox 360 und eine Playstation 3-Spiel zensieren. Dazu habe ich mir hier mein Brotmesser mitgenommen. Und ihr werdet sehen, als erstes werde ich hier was abschneiden. Aber das geht gar nicht. Wie zendieren die denn die? Na gut, dann nehmen wir mal hier die DVD, die wird bestimmt gehen. Auch nicht. Wie zensieren sie denn die Spiele? Moment, wie? Geht auch nicht. Ach, scheiße, dann nehme ich wenigstens die Anleitung raus, dann kann ich ja auch sagen, das Spiel ist dadurch zensiert. Es ist ja nicht mehr vollständig. Also so zensiert man halt einfach. So, das waren jetzt meine Argumente. Ich denke mal, die waren sehr überzeugend, warum ich gegen Uncut bin. Und ich finde, Komet Matti mit seinen Ansichten ist praktisch der Rattenfänger aus Hamburg. Ein ganz gefährlicher Typ. Ich würde auf seine Flötentöne nicht hören. Hört auf den Onkel Verbieter, denn ich bin die reine Wahrheit. Und ich bin sozusagen der Jesus, der Moralapostel unter allen Fans von geschnittener Scheiße. Ich finde, geschnitten ist gut, weil mir dadurch eine ganze Menge erspart wird. Und nicht ohne Grund habe ich so einen guten Charakter. So, jetzt gehe ich erst mal zum Herren, Ausstatter und lassen wir wieder ein geiles neues Hemd schneiden. Denn Hemden dieser Art sind zurzeit Mode. Bis dann, euer Onkel Verbieter und leckt mich. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.